Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Let's Play Let's Design City Skylines Karolinenburg. In der letzten Folge hatten wir ja, wie man hier auf dem Bild sieht, unsere Lock- und Waggonfabrik gebastelt. In dieser Folge möchte ich bei der Eisenbahn bleiben. Ich möchte jetzt endlich bei unserem Bahnhof weitermachen. Ich zeige euch das ganz kurz. Ich möchte heute mit euch das Gleisvorfeld, also alles in diesem Bereich hier, wo wir auch schon den Zaun gebaut haben, ein wenig verschönern, um das Ganze ein bisschen abzuschließen. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß und legen wir los. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.